ob ich irgendwie seelisch drauf bin oder überirdisch denke ich erzähle euch mal eine story die mir widerfahren ist als ich in höchstleistung aufgetreten bin ich bin morgens raus aus dem haus und wollte meine sportskarre rein und hab gesehen okay steht da und sieht geil aus nur ich spüre wenn irgendwas nicht ganz stimmt in der sportskarre dann habe ich rechts gesehen dass seine schraube weg ist und natürlich der mensch ist mensch du suchst direkt entschuldigen und ich bin reingerannt und hab geschrien und man hat nichts verstanden von dem was ich schrien habe weil ich schiene und dann kam die zementer aus der küche weiß es ist schon die ganze nacht wach war und gespürt weil wir gestern und hat gesagt zementer hast du das auto manipuliert und sie sagte nein sabrina war es und ich bin rüberkommt habe gesagt sabrina hast du das auto manipuliert heute stummig töten und dann hat sie gesagt ja das ist comprehensive das auto manipuliert aus dem wasser dieà wird fun Untertitelung des ZDF, 2020